Moin Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute gibt es Silvester Vorfreude Teil 2 Pyromanic ist auch mit dabei. Jo Leute was geht ab? Ja dabei haben wir Paketcracker von Komet, Supercracker von BVD, Pyropetraden, ein Flitzefeuerstein und ein römisches Licht von Veko und starten tun wir mit dem Flitzefeuerstein. Immer wieder gerne. So was willst du als nächstes finden? Machen wir Superquickers oder? Ja. Die sind immer nice. Machen wir gleich ein paar mehr. Muss ja lohnen. Ich schnipsel nur. Da erschreckt man sich jedes Mal. Es ist erstaunlich wie lauf die sind. Ja die Brücken. Willst du noch ein paar mehr davon machen? Ja die Brücken. Willst du noch ein paar mehr davon machen? Okay. Ja wir sagen machen wir zunächst die Pyropetale von Deko. Genau. Aber die müsste schon mit der Lunte sein. Sieht zumindest so aus. Ja Tatsache die sind auch mit der Lunte. Also schon mit der Lunte. Knallen aber gut ne? Ja. Also die drücken besser als manche Reibkopfknaller. Ja das war wohl gut. Und jetzt die Packet Cricker von Komet. Sie sehen schon alt aus. Ja sind noch ein bisschen älter. Die Lunte schaut hier auch direkt drauf. Stimmt. Machen wir hier oben auf dem Podest. Die war noch gut. Und die hat ordentlich geschnipselt. So und zu guter Letzt. Das römische Licht von Deko. Mit 5 Schuss. War schon richtig herbstlich ne? Ja. Wollen sollen das ballern? Am besten da ne? Ja würde ich auch sagen. Ja. Das war's Schwanz. Ja. Naja ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und zu guter Letzt gibt's von Pyromainik wie immer einen... Ein NULZ! Hahaha Hahaha